Man kann sich kaum einen schlechteren Bürostandort aussuchen. Direkt am malerischen Fluss Alsett in Luxemburg hat Amazon seinen europäischen Hauptsitz. Das Gebäude ist erst 2012 eröffnet worden. Ein Blick durch die verdunkelten Fenster zeigt, typisch für US-Firmen, einen supermodernen Open Space mit Designermöbeln und großen sogenannten Recreation Areas. Von hier aus lenken und steuern rund 1500 Mitarbeiter alle Aktivitäten des Online-Versandhändlers in Europa. Aber Moment, die Adresse stimmt nicht mit jener auf der Rechnung meiner letzten Amazon-Bestellung überein. Tatsächlich gefällt es dem US-Unternehmen in Luxemburg so gut, dass man stark expandiert und mittlerweile drei Büros in der Stadt betreibt. Das älteste ist ein kleines, vierstöckiges Haus in der Altstadt mit gelbem Anstrich und Gusseisenlaternen an der Fassade. Der offizielle Sitz von Amazon Europe, wo mittlerweile die Personalabteilung untergebracht sein soll. Als man hier 2004 seine Zelte aufgestellt hat, haben wörtlich steuerliche Aspekte bei der Standardwahl sicher auch eine Rolle gespielt, gibt das Unternehmen zu. Interview wollte man mir keines geben, man erklärt mir aber immer getreu den Gesetzen gehandelt, dabei aber auch nichts ausgelassen zu haben. Das sieht die EU-Kommission anders. In einem Urteil hat sie Amazon zur Steuernachzahlung von 250 Millionen Euro verdonnert. Das damals von Luxemburg abgesegnete Konstrukt, wonach Amazon EU bis ins Jahr 2014 einer Holding hohe Lizenzgebühren gezahlt hat, um den eigenen Gewinn gering zu halten, sei fernab jeglicher wirtschaftlicher Realität gewesen, heißt es. Leicht hat man es aber nicht, denn auch die Regierungen der sogenannten Steueroasen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch die luxemburgische Regierung wollte mir kein Interview geben. In einem offiziellen Statement bestreitet der Finanzminister aber, Amazon unerlaubte Staatsbeihilfe gewährt zu haben und er wägt eine Klage gegen die Entscheidung der Kommission. Der Fall könnte also genau wie jener von Apple, das laut Kommission gleich 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss, letztlich vor dem Europäischen Gerichtshof landen, der zufällig, genau wie Amazon, seinen Sitz ebenfalls in Luxemburg hat. Die österreichische EuGH-Richterin Maria Berger. Die Kommission hat jetzt wegen der Nichtrückzahlbemühungen Irlands ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland eröffnet bei uns und falls der Gerichtshof feststellt, dass Irland das hätte zurückfordern müssen, dann kann die Kommission einen weiteren Schritt, ein Zwangsgeld oder ein Busgeld beantragen und das tut den Staaten schon weh. Doch das oberste EU-Gericht muss sich mit weit mehr Problemen der Digitalisierung herumschlagen als nur zahlungsunwilligen Online-Unternehmern. Die Frage des Persönlichkeitsschutzes, wo eben zum Beispiel durch Internetseiten jemand in seinen persönlichen Rechten verletzt wird, haben wir eben sehr häufig zu klären, die Gerichte welchen Mitgliedstaaten sind zuständig. Wahrscheinlich eher die komplexeste Fragestellung ist im Bereich des Urheberrechts, weil ja doch mit den neuen Medien die klassischen Formen des Schutzes der Autorenrechte sehr schnell umgangen werden kann. Da gab es zum Beispiel diese folgenreichen Urteile. Tobias McFadden gegen Sony Music Germany. Das Plattenlabel hatte den Betreiber eines Licht- und Tontechnikladens geklagt, weil über sein ungesichertes WLAN-Netzwerk ein geschützter Musiktitel verbreitet wurde. Das EuGH-Urteil Der Betreiber eines öffentlichen Wi-Fi-Netzwerks ist nicht für Urheberrechtsverletzungen der Nutzer verantwortlich. Wohl aber kann in so einem Fall vom Betreiber verlangt werden, sein Netzwerk durch ein Passwort zu schützen. Ein Grund, warum heute für die meisten öffentlichen WLAN-Netzwerke eine Anmeldung oder zumindest die Zustimmung zur AGBs erforderlich ist. Konstantin Film und Vega Filmproduktion gegen UPC Telekabel Wien. Der Internetanbieter wurde aufgefordert, die Website Kino.to zu blockieren, weil darüber urheberrechtlich geschützte Filme angesehen und heruntergeladen werden konnten. Der EuGH hat entschieden, Internet-Provider können durchaus gezwungen werden, solche Seiten für ihre Kunden zu sperren. Sie können aber nicht belangt werden, wenn es dann trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommt. Mittlerweile hat übrigens auch A1 sicherheitshalber mehrere illegale Streaming-Seiten blockiert. Doch auch in Sachen Datenschutz hat der EuGH einige weitreichende Urteile gefällt. So etwa in der Rechtssache Mario Costeja-Gonzalez gegen Google. Gonzalez hatte vom Suchmaschinenbetreiber die Löschung von Links zu Artikeln gefordert, die über die Pfändung seines Hauses vor rund zehn Jahren berichtet hatten. Das Urteil Eine Person kann von einem Unternehmen verlangen, ihre personenbezogenen Daten zu löschen, speziell wenn dadurch ihre Privatsphäre verletzt wird. Da hat ja Google behauptet, gar nicht unter das europäische Recht zu fallen. Und wir haben aber dann festgestellt, es gibt das Subunternehmen Google Spain, das dort für Google Einschaltungen anwirbt. Und deshalb fallen sie ganz eintetig unter Unionsrecht. Google hat das bezweifelt in dem Verfahren. Da haben wir aber gesagt, es gibt keinen rechtsfreien Raum in dem Sinn. Zur EuGH-Richterin Maria Berger. Dieses Recht auf Vergessenwerden wird großer Bestandteil der neuen EU-Datenschutzrichtlinie, die mit Mai 2018 in Kraft treten soll. Bei Datenschutzfragen spielen mehrere Österreicher eine große und wichtige Rolle. 2014 führt eine Klage unter anderem von Christoph Zscholl, Michael Seitlinger und der Kärntner Landesregierung dazu, dass der EuGH der erst 2006 beschlossenen, aber sehr umstrittenen Vorratsdatenspeicherung einen großen Riegel vorschiebt. 2015 wird das Datenschutzabkommen Safe Harbor zwischen der EU und den USA aufgrund einer Klage des Wieners Max Schrems gekippt. Der geht aktuell sogar mit zwei unterschiedlichen Verfahren vor dem EuGH dagegen vor, wie Facebook mit unseren Daten umgeht. Schrems? Die werden das Verfahren sicher verlieren, aber es wird, glaube ich, mindestens zehn Jahre brauchen, bis da wirklich mal irgendwas durchsetzbar rauskommt. Wenn wir beim EuGH das dritte Mal gewinnen, werden dann massiv wichtige Rechtsfragen geklärt für die Europäische Union. Und das gilt dann auch für Überwachung in UK, in Europa und so weiter, dass man gutes Case Law generiert, was dann für die nächsten 20, 30, 40 Jahre in Europa definiert, wie weit der Datenschutz geht. Man muss sich halt klar sein, dass nicht morgen Facebook die Daten stoppt und da aufhören wird zu schicken, da aufhören.